Ja, herzlich willkommen zurück zu Schwarzbild, der Fug. Ah ne, jetzt haben wir dann auch kein Schwarzbild mehr. Ähm, wir waren gerade mitten am Terminus stehen geblieben und ich kann ein Holo-Band-Laden, ei, 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 wahrscheinlich die mit den Pfeilen lang, sich niederlassen. Die Schüsse haben endlich aufgehört. Das kann nur bedeuten, dass Leonie und Crystal entweder die letzten Ghoul erledigt haben oder gerade jemandem als Mahlzeit verdienen. Oder gerade jemandem als Mahlzeit dienen. Aber Lexington ist jetzt gesichert und kann mich endlich an meiner Arbeit machen. Überfragt. Nichts funktioniert. Die alte Frau hat früher Jet geschnupft, ein paar Pillen geschluckt und dann ging das Gerede los, eine Vision nach der anderen. Und alles haben sie sich, äh, und alle haben sie sich als zwei erwiesen. Die Raider, die die Stadt niedergebrannt haben, die die Eltern getötet haben, die die Kinder strahlen. Mich strahlen. Ich erinnere mich an den Blick in ihren Augen, als sie mein Schicksal sah. Kind, du wirst ein Monster werden. Stimmt. Alles. Wenn ich diese Art von Macht hätte, diese Hellsicht, das Commonwealth, die anderen Banden, Niemand hätte eine Chance. Aber nichts funktioniert. Vielleicht muss ich die Dosis erhöhen. Ich brauch noch eine Ladung. Ich brauch noch eine Ladung. Subjekt. Es sind nicht die Camps. Sie sind nur der Auslöser für die Hellsicht. Ich, ich bin's. Ich bin das Problem. Ich wünschte, ich hätte es bemerkt, bevor mir meine Arme wie ein Nadelkissen aussahen. Aber zumindest, es ist eine neue Spur. Ich brauche neue Subjekte. Experimente gehen weiter. Immer noch keine Erfolge. Aber das Gerücht über die kostenlosen Camps hat viele neue Rekruten angelockt. Unsere Ränge sind fast wieder so voll wie vor der Plünderung von Lexington. Lonnie, wenn ihr einfach mal Lonnie denkt, dass es Zeitverschwendung ist und wir lieber unsere Antezeit nutzen sollten, um Verteidigungsanlagen zu errichten. Aber Lonnie trifft hier nicht die Entscheidung. Ich tu das. Sie scheint ihre neue Position allerdings zu genießen. Vielleicht verursacht eine weitere Dosis Psycho neue Visionen bei ihr. Sie ist hier. Crystal sagt, dass eine Karawane in diese Richtung gezogen ist. Zu einem Scherzkeks mit Cowboy-Hut und Laser-Muskete. Drei Zivilisten und eine gebrechliche alte Frau, die eine Wahrsagerin gekleidet war. Das ist sie. Ich weiß es, dass sie es ist. Ich habe Crystal ausgeschickt, damit sie sich, damit sie sich, damit er sie sich schnappt. Wird sie mich erkennen? Aber natürlich, schließlich, hat sie alles kommen sehen. Scheinwerfersteuerung. Systemdiagnose. Drei Scheinwerfer verknüpft. Offline, online, offline. Ah, okay, damit sind diese Scheinwerfer gemeint. Fehler, Scheinwerfer zerstört. Okay, irgendwie hätte ich da was auswählen können, aber irgendwie ist alles kaputt. Turmsteuerung. Seien Sie vorsichtig und gehen Sie davon aus, alle Türme deaktivieren. Okay. Ihre Verteidigungstürme. Hast du mal eine Euler ausgedruckt hier? Gut. Hast du mal eine Art Euler ausgedruckt, dass du dir ja die Finger davon lässt, wenn du keine Ahnung hast. Ich habe jetzt hier auch schon rausbekommen, dass das nicht zwei Schuss sind, sondern nur einer, der dann einfach fetter ist. Was mir prinzipiell erst mal recht sein soll. Du kriegst keine Ahnung, wo mein Költer hin ist, ey. Überhaupt nicht. Tron. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Ich bin irgendwie unter mir, aber ich verstehe nicht noch, wie viel Vodi was unter mir sein sollen. Minimi Terminator-Rüstung. Kronkoden und Patronen. Irgendwie ist hier ein Tote. Achso, hier ist der Tote. Stim-Pack und jede Menge Zeug. Was ich eh nicht tragen kann. Slice-Summen dieser Laserwaffe. Irgendwie liebe ich das. Hier kann ich nichts mitnehmen. Dann machen wir das auch nicht. Bla bla bla. Zeug hier. Zeug da. Zeug überall. Hier Zeug, aber nichts von Bedeutung. Liegt sich doch immer noch ein Scheinwerfer. Feinwerfer. Ah. Lustig. Okay, bin ich denn auch erstmal los. Total Eimer, Besen. Die Wodka-Flasche nehme ich auf jeden Fall mit. Damit kippe ich mir nachher hin. Ops, was war das? Gasmaskenproduktion oder... Nee, aber ich habe Teilproduktion hier. Hier ist eine Tür. Die mich an den wohl nutzlosesten Ort der Welt führt. Ähm. Ach ja. Hier sind wohl irgendwo noch Leute, die aber eigentlich nicht mehr da sind. Was zum Teufel war das? Ich soll hier rein, sagt er. Hundi, du lebst ja noch. Aufgepasst. Gehen wir. Okay. Was ich jetzt mal noch testen mag ist, eventuell sind hier unten jetzt neue Raider. Und die labern die ganze Zeit. Ich soll nach... Ich soll eh nach unten, das soll mir also recht sein. Hm, hm, hm. Schleichen hier durchs... Oh, da war ein bisschen verseuchtes, das weiß ich noch. Bei allem waren es aber einfach. Nix, nix. Noch mehr nix. Chat und irgendwelche Muter-Starts. Terminals. Telefon enthalten Kupfer. Die kann ich nicht liegen lassen. Äh, was ich schon liegen lassen kann, ist irgendwie so ein hässliches Hemd, ey. Tron. Wow, ey, wie laut diese Schränke teilweise sind. Kronenkorken. Retteweil. Superkleber. Wiss dich, du blöder Suchscheinwerfer, ey. Kühlmittelverschluss. Nehmen wir mal ein paar davon. Oh. Die sind vermutlich schwer. Ähm. Schutzkapuze wiegt doch fast nix. Ich würde gerne insgesamt nach, nach Gewicht sortieren. Die Maschinenpistole ist halt schon echt High-Level, deswegen will ich die aufheben. Pro-Repetiergewehr, was anderes habe ich da erstmal nicht. Aber ein kurzes Repetiergewehr brauche ich dann eigentlich nicht. Wiss dich mal. Und den Schlagring eigentlich auch nicht. Zack. Nix, nix, noch mehr nix. Oh. Kronen, Foggen und Redaway. Ah, ein bisschen Radioaktivität hier. Ewig langer Gang. Pröckelt alles ein bisschen. Medix und Bologaminfleisch. Kaliber 50 Missionen. Und ne Chem-Kiste. Komm, die ist nur Einsteiger, Leute. Das packen wir doch fix. Hier nicht, da nicht, da auch nicht. Hier geht's ganz gut. Noch ein Stück runter. Easy. Geschafft. Puford, Kronenkorgen und Mentamets. Bin ich aber leider auch schon wieder voll. Ey, das geht einfach gerade viel zu schnell. Backdamage. Halskiste. Warum ist denn jetzt gerade alles abgesperrt? Huch. Der war mal direkt weg. Da war er fort. Na, so geht das schon besser. Cool. Mögliches Kissen. Cocktails. X-Red. Cocktails wiegen. Die Monot of Cocktails wiegen mir jetzt einfach zu viel. Hop, hop. Okay, hier bin ich jetzt. Ah, okay. Laden wir auf zwei durch. Aber ich denke mal, jetzt geht's hier einfach nur noch raus. Halt. Halt, stopp. Stopp, stopp. Tut mir leid, wir müssen leider nochmal zurück. Irgendwo gab's hier einen übelsten Safe. Irgendwo auf der Ebene, glaube ich. Ups, das ist der blöde Aufzug. Halt, erhalten. Das war hier hinten, glaube ich. Ja. Kronkoken, Patronen. Und ein Eitersack. Ey, Hundi. Komm mal, ja, ja. Stehst den Weg, komm her. Komm jetzt raus da. Bleib da. Bleiben. Patronen, Patronen. Jede Menge Patronen. Das ist alles erstmal nix. Die Kiste hat nur noch die Molotows. Die wiegen aber zu Spiel. Und die Sprengstoffkiste. Gucken wir uns ganz kurz an. Minimales Stück noch. Wie schön. Molotow und Splittergranate. Das tragt mir B das nicht. Oh, die Ammo da drin war es auf jeden Fall. Was aus irgendwelchen Gründen haben wir ja kaum noch Ammo. Ich hoffe, dass einmal Pfeifenautomal das scheiß, dass er mir nachlaufen soll. Okay, jetzt können wir dann aber raus hier. Halt. Weiter nach unten. Das war die falsche Stelle nach unten. Erfolgt mir auch nicht, dieser blöde Köter. Huch. Wow. Das Tablett war jetzt ausschlaggebend dafür, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Ja, Gott sei Dank. Jetzt bin ich doch schon wieder viel zu hoch. Oh, Mann. Hey, Junge. Komm mit. Jetzt mach das. Hm? Sch, sch, sch. Lass es. Ich glaube, ich habe die verbleibenden Bastarde hiervon. Zeit, sie fertig zu machen. Stirb endlich. Er lenkt mit einer ungeladenen Waffe durch die Kante. Ich mach das immer wieder gerne. Ähm, na, Punt. Tim Pack nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Oh, ist das eigentlich Suche. Wecker, Malpinsel. Ich sehe schon, das Spiel wird so 90% aus dem Suchen irgendwelcher Dinge bestehen. Kaffee, Tassen, Kaffee, Kahn. Ich habe jetzt irgendwie erkannt, dass man so viel Shit findet, dass man echt gar nicht alles mitnehmen braucht. Oh, das ist halt überbewertet. Abklingbrett. Ohne Furken. Schreibmaschine. Die ist halt bestimmt scheiße schwer. Und die. Stehen wir nicht im Weg. Whisky. Der Whisky hat jetzt echt gereicht. Kann ich den Whisky saufen? Hier ist immer eine ganze Ebene, wo ich halt nicht war. Macht mich schon ein bisschen traurig. Weil das heißt, dass ich hier übelst noch was durchsuchen muss. Corvega. Wieder so ein Terminator-AVL. Ist das versorgt? Ja. Oh, da kann man reinten, ein bisschen witziges Zeugs. Das enthält alles erstmal nichts. Hier kommen wir auch erstmal raus. Okay. Was für ein langer, komischer Marsch durch die Welt hier. Ich muss immer auf meinen Hund geschießen. Und ich kann dir irgendwie grad nicht helfen. Jetzt. Ich hab keine Ahnung, wo ja grad noch die Gegner sind. Ich muss definitiv langsam mal zurück. Ich denke, das werden wir jetzt auch tun. Mit der Hoffnung, unterwegs nicht auf allzu viele ungebetene Gäste zu treffen. Durchgeladen ist. Aber ich hab das noch zwei Schuss. Schlott ihm jetzt. Schlott muss jetzt mal her. Nicht sinnlos bellen. Komm her. Meine Zeit für deine Scheiße gerade. Überhaupt nicht. Wir müssen hier raus. Wir müssen nach Hause. Wir sind 300 Mal voll. Müssen nochmal eine Quest fertig bringen hier. Oh, nicht so viel rennen, falls ich irgendwas noch machen muss mit meinen Action Points. Wie zum Beispiel fiese Fieslinge verjagen. Oder dann rennen, wenn es fieslinge, fieslinge, fiese Fieslinge gibt. Geben wir erstmal die Quest ab. Die eine. Bin mal schön wachsam. Da blendet Licht irgendwie. Das war mein Hund. Was war da drauf geschossen? Auf den kleinen Kerl hier. Da vorne kommt dann erst wieder der Zug. Bin aber das letzte Mal. Wie gesagt, der hat ein Plastikmesser. Hat denn einer versucht mit dem... Oh, es ist leider immer wieder ein Kraus. Weil man ständig voll ist. Ah, das wiegt ja alles überhaupt nichts. Das ist alles gutes Zeug. Okay. Wie ich langsam nur noch gutes Zeug habe. Was wiegt denn hier noch so viel? Braminfleisch. Luca Cola. Könnte ich auch einfach saufen. Hier wiegt nicht irgendwie irgendwas, oder? Nö, hier wiegt nix. Schrott. Ja, den müssen wir halt mal komplett ablegen. Der wiegt halt einiges. Aber das ist halt eigentlich das, warum ich los bin. Dann schmeißen wir mal jetzt hier noch Jeems und Hemd weg. Und die Sackkapuze. Sackkapuze mit Schläuchen. Trailer-Leder. Trailer-Leder. Reicht das, ne? Durchgeladen ist. Kommst du? Komm her. Wunderbar. Dann flitzen wir mal hier zu uns. Das ist wieder so ein hässlicher Bramin. Der Fog ist mit dem nicht richtig. Alter, wie der wegsteckt. Gerade mal 8 dp. Und dann nehme ich auch das Fleisch definitiv nicht mit. Ich bin zu teuer. Ähm, ja. Das dauert ein bisschen. Die sind aber irgendwie nicht angriffslustig. Nicht so richtig. Boah, ich voll in die Köpfe rein. Das stirbt nicht. Ey, bitte. Lächerlich. Lächerlich. Die Schrotladung in den Schädel. Und da wird aber nicht gestorben. Okay. Da oben war ich schon mal. Weiß gar nicht, ob hier sowas wie respawn ist. Ich bin einfach mal vorsichtig. Und die? Ah, okay. Na, wo war denn das? War das soweit? Uh, da ist er ganz schön erschöpft. Irgendwelche Gleise durchs Nix. Ich weiß, dass wir irgendwie hoch mussten. Ein Stück. Äh. Äh. Bisschen Weg bugging. Kein Problem. Oh, okay. Ich sehe den Scheiß. So ein bisschen langsamer laufen, weil ich echt nicht sehe, ob wir irgendwie Gegner sind. Und die Lampe scheint ja nur anzugehen, wenn man hier wirklich im Dunkeln ist. Und das zählt wohl nicht als wirklich dunkel. Ich weiß, es geht mir mal noch ab, diese Folge. Ah, hier ist die Hütte. Zu aller aus. Gucken wir mal den... Oh, das war mein Hund. Gucken wir mal den Scheiß zusammen hier. Götterkeule. Also ein Hotdog quasi. Drei Stacks. Okay. Braten, Getränke. Okay. Sind wir hier erstmal fertig? Ich hoffe, dass mich das leichter gemacht hat und nicht schwerer, weil ja aus mehrerem... Kann auf jeden Fall noch rennen. Werkstatt hier habe ich noch nicht. Kann ich wohl einen Außenposten irgendwie dann erstellen sogar, weil ja eine Werkstatt ist. Weiß, ich störe aber. Das ist mein kleiner Hund. Okay. Hey. Okay. Okay. Ich habe ihn für euch in den Arsch getreten. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Ich gucke mal, wir werden hier aufs härteste hier ballert. Und zwar aufs härteste. Lass uns handeln. Komm mal rein hier. Mensch, du blöder Köter. Komm rein hier. Na klar. Jetzt will ich mit mir handeln. Toll, sie hat ganze zwei Kronenkurken. Nein, du sollst nicht die... Okay, der ist zu clever. Ich will nur ein bisschen handeln. Okay, immer nur handeln, handeln, handeln. Ich dachte, jetzt kriegt ihr irgendwie die Option, sich mir anzuschließen. Können wir ein paar Sachen tauschen? Na komm, steh auf, ey. Sie ist los. Patron, Impopistole. Okay, Schwachsinn. Gut, hier machen wir dann aber erstmal noch einen kleinen Stopp. Ich gehe dann erstmal zurück nach Sanctuary, mein Shit abbringen, äh, wegbringen. Aber das machen wir einfach nächste Folge. Wir sehen uns dann, bis dahin. Macht's gut. Ciao.